Das ist definitiv schwer. Boah, es ist so herrlich still wenn das Ding da hoch geht. Ich hab so viel Qual. Also bei mir, ich weiß aber gar nicht, war mit dem Bögel gar nicht so weit runterging. Bei mir hat er auch bei mir das so gemacht. Boah, das ist, also. Boah, das ist so. Boah, das ist so. Was ist denn hier passiert? Ich kann mal ein bisschen aufgestanden fallen. Habt ihr das Gefühl zerquetscht, oder? Ihr habt das Gefühl, ihr seid dich zerquetscht, oder? Ein bisschen, aber also... Aber Junge, also diese großen Hügel machen ja gar nichts. Aber diese kleinen... Ich denke, ich bin eigentlich brutal auf jeden Fall. Boah, ich würde jetzt so gerne schlafen. Anschieben! Die ganze Sache nochmal extra ineffizient zu machen. Ja. Bei Colossus kann man es tatsächlich nur ganz, ganz knapp. Also gut. Aber auch während der Fahrt. Ja. 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 Ja.